Wir werden hier den Zusammenhang zwischen Integral- und Stammfunktion genauestens untersuchen. Dazu ein erster Lehrsatz. Seien f stetig in einem offenen Intervall cd und a eine Zahl, die in diesem offenen Intervall cd liegt. Da ist die Zahl a. Die Funktion, die jeder Zahl x aus dem offenen Intervall cd dieses Integral zuordnet, Integral von a bis x von f von t dt, diese Funktion ist anscheinend eine Stammfunktion von f in diesem offenen Intervall cd. Zuerst einmal muss man verstehen, dass dieses Gesetz hier, das jeder Zahl x aus dem offenen Intervall cd dieses Integral zuordnet, eine Funktion ist. Schauen wir in der Zeichnung. Wir wählen im offenen Intervall cd irgendwo eine Zahl x und dieses Gesetz f ordnet dieser Zahl x dieses Integral zu. Das Integral von a bis x von f von t dt. Dieses Integral von a bis x von f von t dt bezeichnet diesen Flächeninhalt. Und dieser Flächeninhalt hängt effektiv von dieser Zahl x ab, denn wenn wir die Zahl x ändern, dann ändert der Flächeninhalt mit. Also dieser Zahl x ordnet diese Funktion diesen Flächeninhalt zu. Für eine andere Zahl x ist es ein anderer Flächeninhalt. Also ist das hier effektiv eine Funktion, die jeder Zahl x aus diesem Intervall dieses Integral zuordnet. Hier sei darauf hingewiesen, dass die Integrationsvariable nicht x heißt, weil x schon da oben als Buchstabe eingesetzt wird. Deshalb müssen wir die Integrationsvariable anders benennen. Hier haben wir sie t benannt. Also dieses Gesetz f ist effektiv eine Funktion. Es ist die Funktion, die jeder Zahl x diesem Flächeninhalt zuordnet. Und seltsamerweise ist diese so hergestellte Funktion eine Stammfunktion der angegebenen Funktion klein f. Diesen Lehrsatz nennt man den Lehrsatz zur Existenz einer Stammfunktion, denn dieser Lehrsatz besagt gleichzeitig, dass jede Funktion f, die stetig in einem offenen Intervall ist, auch automatisch eine Stammfunktion in diesem offenen Intervall hat. Also jede stetige Funktion hat eine Stammfunktion. Um diesen Lehrsatz zu beweisen, genügt es zu beweisen, dass die Ableitung dieser Funktion groß f die Funktion klein f ist. Es genügt also zu beweisen, dass Groß f' ausgedrückt bei einer beliebigen Zahl u im offenen Intervall cd nichts anderes ist als klein f ausgedrückt bei dieser Zahl u. Eigentlich sind wir es gewohnt, bei der Definition der Ableitung den Buchstaben a zu gebrauchen. Da, 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 da und da. Aber hier in unserem Fall ist der Buchstabe a schon reserviert für diese Zahl. Also werden wir in der Definition den Buchstaben a nicht gebrauchen, sondern wir wählen den Buchstaben u. Hier leiten wir also diese Funktion ab anhand der Definition. Legen wir los. F' von u ist durch die Definition der Grenzwerte, wenn x gegen u strebt, vom Differenzenquotienten von f von x minus f von u geteilt durch x minus u. So ist die Ableitung definiert. Dieses f von x, das ist dieses Integral. Integral von a bis x von f von t dt. Das f von u ist also auch das Integral von a bis u von f von t dt. So. Wir werden jetzt hier diese zwei Zahlen vertauschen. Und wir wissen, wenn man die zwei Integrationsgrenzen hier vertauscht, dann ist das Integral entgegengesetzt zu nehmen. So. a ist nach oben geschrieben, u nach unten und somit ist dieses Integral entgegengesetzt genommen. Diese zwei Termen dürfen wir selbstverständlich vertauschen und sehen dann das Integral von u bis a von f von t dt plus das Integral von a bis x von f von t dt. Und das ist dann abgekürzt durch die erste Eigenschaft der Integrale. Integral von u bis x von f von t dt. Wir suchen also diesen Grenzwert, wenn x gegen u strebt. Stellen wir uns jetzt eine Zahl u vor. Und hier eine Zahl x, die gegen u strebt. Hier steht Integral von u bis x von f von t dt. Dieses Integral, das ist der Flächeninhalt von diesem blauen Rechteck minus diese winzige Ecke, die da übersteht. Aber wenn die Zahl x gegen u strebt, dann strebt der Flächeninhalt von dieser kleinen Ecke, die da zu viel ist, gegen 0. Und dann ist also der Grenzwert von diesem Integral genau dasselbe wie der Grenzwert von diesem Rechtecksflächeninhalt. Hier von rechts haben wir eine kleine Ecke zu viel, deren Flächeninhalt gegen 0 strebt. Wenn x gegen u strebt. Und von links ist eine kleine Ecke zu wenig. Aber diese kleine Ecke, die da zu wenig ist, auch deren Flächeninhalt strebt gegen 0, wenn x gegen u strebt. Also, weil wir den Grenzwert von diesem Integral suchen, wenn x gegen u strebt, können wir sagen, dass der Grenzwert von dem Integral genau dasselbe ist, wie der Grenzwert vom Flächeninhalt dieses Rechtecks, wenn x gegen u strebt. Also können wir dieses Integral hier ersetzen durch den Flächeninhalt von diesem Rechteck, das heißt durch x minus u mal f von u. x strebt gegen u, also ist x nicht u. Und deshalb dürfen wir hier durch x minus u kürzen. Dann bleibt noch der Grenzwert, wenn x gegen u strebt, von f von u übrig. Aber dieses f von u ist konstant gegenüber der Variablen x. Denn f von u enthält gar kein x. Und der Grenzwert dieser Konstante, das ist die Konstante. Und somit haben wir bewiesen, dass Groß-F' von u nichts anderes ist als Klein-F von u. Und somit ist diese Eigenschaft also bewiesen. Jede stetige Funktion in einem offenen Intervall cd hat automatisch eine Stammfunktion in diesem Intervall, zum Beispiel diese da. Konsequenz davon. Eine direkte Konsequenz davon ist der Leersatz von Newton-Leibniz. Ich habe diesen Leersatz mit Absicht so genannt, um endlich den Streit zwischen Newton und Leibniz zu begraben. Es waren beide geniale Mathematiker. Newton in England, Leibniz in Deutschland. Dieser Leersatz von Newton-Leibniz, den man auch den Hauptsatz der Integralrechnungen nennt, besagt, Wenn Klein-F stetig ist in einem offenen Intervall cd, so wie hier im offenen Intervall cd, und wenn das geschlossene Intervall a, b Teilmenge von diesem offenen Intervall cd ist, genau wie hier, und wenn wir für Klein-F irgendwie eine Stammfunktion Groß-F bestimmen konnten, in diesem offenen Intervall cd, dann kann man dieses Integral, also das Integral von a bis b von f von x dx, das nichts anderes ausdrückt als diesen Flächeninhalt hier, ganz einfach berechnen, indem man diese Stammfunktion ausdrückt bei b, dieselbe Stammfunktion ausdrückt bei a, und von Groß-F von b, Groß-F von a, abzieht. Also anscheinend kann man solch ein Integral so berechnen. Wir werden das beweisen. Beweis. Wir haben hier irgendwie eine Stammfunktion von Klein-F berechnet und Groß-F gefunden. Wir wissen aber, dass diese Funktion auch eine Stammfunktion von Klein-F ist. Also haben wir da eine Stammfunktion von Klein-F und da auch. Zwei Stammfunktionen einer selben Funktion unterscheiden sich aber immer nur durch eine additive Konstante und diese Gleichheit hier ist gültig für egal welche Zahl x in diesem geschlossenen Intervall a, b. Also ist diese Gleichheit hier auch gültig für a. Dann schauen wir mal, was das ergibt, wenn wir x durch a ersetzen. Dann finden wir, dass Groß-F von a dasselbe ist wie das Integral von a bis a von f von t dt plus diese Konstante Zahl c. Aber das Integral von a bis a, das sehen wir hier, das Integral von a bis a von dieser Funktion f von t dt, das ist 0. Das wäre ja der Flächeninhalt von diesem Strich. Der Flächeninhalt von einem Strich ist 0. Somit erkennen wir also, dass diese Konstante c nichts anders ist, als diese Stammfunktion Groß-F ausgedrückt bei der Zahl a. Also können wir da oben das c durch Groß-F von a ersetzen. Ist gemacht. Und diese Gleichheit hier, die gilt wiederum für alle x-Werte in diesem geschlossenen Intervall a, b. Also gilt die auch für die Zahl b. Ersetzen wir jetzt mal x durch b da und da. Und somit finden wir, dass Groß-F von b dasselbe ist wie Integral von a bis b von klein f von t dt plus Groß-F von a. Dieses Groß-F von a setzen wir jetzt links rüber. Dann steht da f von b minus f von a. Und rechts steht jetzt noch das Integral von a bis b von f von t dt. Hier und da kommt der Buchstabe x nicht mehr vor. Also dürfen wir jetzt als Variable wieder x einsetzen, so wie wir es gewohnt sind. Da durften wir das nicht, weil x ja da vorkam. Deshalb muss die Variable hier anders heißen. Aber hier kommt kein x mehr vor. Also dürfen wir das t wieder in x umtaufen. Und somit haben wir die angegebene Formel gefunden und bewiesen. Also um solch einen Flächeninhalt zu berechnen, das heißt um solch ein Integral zu berechnen, rechnen wir einfach eine Stammfunktion von klein f, drücken diese Stammfunktion zuerst bei b aus, dann drücken wir sie noch bei a aus und ziehen diese zweite Zahl von der ersten ab. Diese wichtige Erkenntnis halten wir hier nochmal fest und kommen jetzt zu einer praktischen Schreibweise. Dieses Integral von a bis b von f von x dx ist nichts anderes als dieser Flächeninhalt, den wir hier mit Groß a bezeichnen. Um jetzt solch ein Integral zu berechnen, suchen wir zuerst einmal eine Stammfunktion von klein f von x dx. Wenn wir die gefunden haben, nennen wir sie Groß f von x und setzen sie so zwischen zwei Hakenklammern. Die Zahl, die unten steht, steht dann hier hinten unten und die Zahl, die oben steht, die steht da oben. Und davon, von dieser Stammfunktion, suchen wir jetzt die Variation von a bis b. Das heißt, wir drücken diese Funktion zuerst einmal bei b aus, die obere Zahl, dann drücken wir diese Stammfunktion bei a aus, die untere Zahl, und ziehen f von a ab von f von b. So, so werden wir Integrale berechnen. Zwei Eigenschaften, die direkte Konsequenz von Eigenschaften der Stammfunktionen sind, das Integral einer Summe, das ist die Summe der zwei Integrale. Und bei einem Integral fliegt eine multiplikative Konstante raus. Wir werden jetzt konkret drei Flächeninhalte als Integral berechnen und das anhand vom H-Satz der Integralrechnungen. Erstes Beispiel. Wir suchen diesen Flächeninhalt, der eingegrenzt wird von der x-Achse und der Parabel x hoch 2 und das zwischen den Zahlen 0 und 2. Das heißt, wir suchen dieses Integral. Dieser Satz hier besagt, man soll zuerst einmal eine Stammfunktion von x² dx bestimmen. Das ist x hoch 3 Drittel. Diese Stammfunktion setzen wir so zwischen Hakenklammern, drücken die zuerst mal bei 2 aus, dann drücken wir sie bei 0 aus und ziehen die zweite Zahl von der ersten ab. Das ergibt dann also 2 hoch 3 Drittel, also 8 Drittel, minus 0 hoch 3 Drittel, also 0 Drittel. Das macht 8 Drittel. Es sind 8 Drittel Einheitsquadrätchen. Hier ist die Einheit auf der x-Achse, da ist die Einheit auf der y-Achse und das hier ist das Einheitsquadrat. Wenn das da ein Zentimeter ist und das da auch ein Zentimeter, dann ist das Einheitsquadrat eben ein Quadratzentimeter. Wenn das hier jetzt ein Meter ist und das da auch ein Meter, dann ist das Einheitsquadrat eben ein Quadratmeter. In solchen Bezugssystemen brauchen wir gar keine Einheiten, es ist ganz einfach ein Einheitsquadrat. Und solch ein Einheitsquadrat passt anscheinend 8 Drittel Mal in diese Fläche hinein. Das heißt also, ein Einheitsquadrat könnte man schon mal so darüber schieben, so, so ungefähr, das zweite könnte man so darüber setzen, so ungefähr, so. Das hier sind dann noch 2 Drittel. Die 2 Quadratchen sind ja 3 Drittel plus 3 Drittel macht 6 Drittel und dann bleiben noch die 2 Drittel da übrig. Das könnte man so ungefähr da oben hinsetzen, so. Jetzt könnte man die Schere nehmen und dann hier das, was zu viel ist, abschneiden und da unten hineinlegen und das, was hier zu viel ist, auch noch abschneiden, einen Teil davon da oben hinlegen und den anderen Teil noch da unten hinlegen. Also, diese Zahl 8 Drittel hat große Chancen, richtig zu sein. Hätten wir hier 25 gefunden, das kann nicht sein. So ein Einheitsquadrat passt unmöglich 25 Mal in diese Fläche hinein. Schauen wir ein zweites Beispiel, der Sinusbuckel. Wir suchen jetzt den Flächeninhalt von diesem Sinusbuckel her, von 0 bis Pi. Integral von 0 bis Pi, von Sinus von x dx. Zuerst einmal suchen wir eine Stammfunktion von Sinx dx. Das ist Minuscosx. Und dieses Minuscosx setzen wir dann zwischen Hakenklammern. Die Zahl, die oben steht, schreiben wir oben. Die Zahl, die unten steht, schreiben wir unten. Und jetzt suchen wir diese Stammfunktion ausgedrückt bei der oberen Zahl Minus diese Stammfunktion ausgedrückt bei der unteren Zahl. Somit erhalten wir also Minuscosx von Pi minus Minuscosx von 0. So, der Cosinus von Pi ist aber Minus 1. Und der Cosinus von 0, das ist 1. Also steht hier Minus, Minus 1, Minus, Minus 1. Man darf sich nicht vertun mit all diesen Minuszeichen. Und Minus, Minus 1, Minus, Minus 1, das macht 2. Es ist schon seltsam, dass die Sinusowide und die x-Achse diese Fläche hier einschließen, deren Inhalt genau zwei Einheitsquadratchen entspricht. Das ist hier krummlinig. Trotzdem ist dieser Flächeninhalt genau gleich zu 2. Ein drittes Beispiel. Wir suchen jetzt den Inhalt der Fläche, die hier genau durch Quadratwurzel von x und x² eingeschlossen wird. Wir suchen den Inhalt von dieser braunen Fläche da. Hier haben wir aber ein kleines Problemchen. Denn ein Integral beschreibt immer den Flächeninhalt zwischen einem Funktionsgrafen und der x-Achse. Also müssten wir diese Fläche hier irgendwie ausdrücken mit Flächeninhalten zwischen Funktionsgrafen und der x-Achse. Das ist auch nicht schwierig, denn wir können ja zuerst einmal diesen Flächeninhalt hier berechnen. Das ist ja Fläche zwischen einem Funktionsgrafen und der x-Achse. Das ist ein Integral. Und von diesem Flächeninhalt ziehen wir dann diesen da ab, den grünen. Denn der grüne Flächeninhalt, das ist wieder ein Integral. Es ist ja der Inhalt einer Fläche, die eingeschlossen wird von der x-Achse und einem Funktionsgrafen. Hier zwischen 0 und 1. Also nochmal, wenn wir von dem violetten Flächeninhalt diesen grünen Flächeninhalt abziehen, dann bleibt dieser braune übrig. Schreiben wir das jetzt rechnerisch. Wir ziehen von dem violetten Flächeninhalt, das heißt Integral von 0 bis 1 von Quadratwurzel von x, den x, diesen grünen Flächeninhalt ab, das heißt das Integral von 0 bis 1 von x², den x. Und so werden wir dann diesen braunen Flächeninhalt berechnen können. Hier haben wir die Differenz von zwei Integralen und zwar mit denselben Integrationsgrenzen 0 und 1. Dann darf man das in ein einziges Integral hineinsetzen, Eigenschaft der Integrale. Man muss nicht, man darf, manchmal ist es sogar sehr sinnvoll, das zu tun. Wir berechnen jetzt dieses Integral anhand der Formel von Newton-Leibniz. Das heißt, zuerst suchen wir eine Stammfunktion von Wurzel x minus x². Das ist selbstverständlich 2x Wurzel x Drittel minus x hoch 3 Drittel. Und diese Stammfunktion drücken wir jetzt zuerst bei 1 aus, dann bei 0 aus und dann ziehen wir die zweite Zahl von der ersten ab. Das Ganze sieht dann so aus. Dann macht das 2 Drittel minus 1 Drittel, das ist die Stammfunktion bei 1 ausgedrückt, minus die Stammfunktion bei 0 ausgedrückt, ergibt 0 Drittel minus 0 Drittel. Und somit finden wir hier als Antwort 1 Drittel. Ein Drittel was? Ja, ein Drittel von einem Einheitsquadrant. Also, diese eingeschlossene Fläche hier ist genau ein Drittel von dem Einheitsquadrant. Und durch Symmetrie ist das Stückchen hier drunter auch ein Drittel und das Stückchen da drüber ist auch ein Drittel. Ein Drittel hat also große Chancen, richtig zu sein. Ein Drittel ist richtig. Jetzt schauen wir mal auf den Taschenrechner, denn zu unserer großen Freude kann der Taschenrechner auch Integrale berechnen. Dazu benutzen wir diese Taste. Tipp. Jetzt setzen wir hier die Funktion klein f hinein, nehmen wir zum Beispiel das da, also setzen wir da x² hinein. Jetzt fahren wir mit dem Cursor nach unten, setzen hier die untere Integrationsgrenze 0. Mit dem Cursor jetzt nach oben, können wir da oben die obere Integrationsgrenze 2 hinein setzen und ein einfacher Klick auf Enter. Also, der Taschenrechner gibt uns die korrekte Antwort in Bruchform an. Somit können wir also sämtliche Integrale berechnen und auch mit dem Taschenrechner überprüfen. Das ist schon ein Drittel. Vielen Dank.